hau meine lieben zum neuen video ja es ist etwas krach im hintergrund aber die klima läuft ansonsten können wir ja gar nichts machen so ja genau das schreibe ich heute an so leute ich habe ja letztens im live stream war das glaube ich erzählt gehabt dass man hier dass ich hier so ideen gefunden habe und so und da habe ich was rausgezogen ja und zwar eine ratsherrenpfanne das einzige was wir dazu haben ein paar zutaten und der bild ja und danach machen wir das jetzt ganz einfach selber richtig was man dazu alles benötigen und wie man da vorgehen drüben in der kleinen aber feinen küche und heute kommt auch die fritte wieder zum einsatz mit dazu tja meine lieben da wären wir jetzt schon bei der dicken fetten übersicht heute keine kleine wir haben hier jetzt rindfleisch unten drin fertig geschnetzelt dann als schweinefleisch habe ich mir gedacht dann nehmen wir ein schönes schweinefilet das wird manu jetzt dann würfeln im gegensatz zu dem geschnetzelten da kann man das dann schön unterscheiden dann haben wir hier kartoffeln die werde ich jetzt gleich schälen und in schöne dicke streifen schneiden und dann werden die gleich einmal vor frittiert und haupt frittiert nachher buschbohnen brechbohnen ja wie man es nennen will sie werden im wasserbad im salzwasserbad vorgeköchelt die pilze kommen die champignons kommen dann so wie sie sind bloß ein bisschen sauber machen halt ist ja klar in die pfanne rein und da lassen wir sie dann erstmal schön zusammenschnorkeln sahne haben wir dazu tomatenmark ist ganz klar brauchen wir für die rahmsoße ja zwiebeln und knoblauch und hier haben wir dann noch an gewürzen hier drüben da hinten salz pfeffer paprika spp und was man sonst noch dazu benötigen gemüsebrühe alles andere sehen wir dann im video falls uns noch irgendwas dazu einfällt ich fange mit den kartoffeln an manu fängt mit dem schweinefilet an ja und wir sehen uns dann eigentlich am herd wieder am herd und an der fritte das ist noch gar nicht laufen jetzt läuft es so jetzt wird jetzt würzen wir das fleisch mit paprika granulat also jetzt haben wir hier das berühmte rindschwein drin richtig ein bisschen krümmel salz ich randaliere hier ein bisschen pfeffer nebenbei meine kartoffeln ein bisschen abtrocknen und ein bisschen kurkuma nehmen wir dafür also leute ich habe der manu freie auswahl gelassen bei der gewürze ich habe gesagt mach einfach nur es einfacher mal was du denkst was da gut nein passt so und dann tue ich das bei sagen wir mal also bei 150 160 grad vor frittieren also das passiert mir jetzt ja auch nicht mit der frittiererei und mache ich insgesamt zweimal die frittiererei und danach kommt es eben mit in die pfanne und wird da noch fertig gegart wenn sie noch nicht ganz durch sind ich werde jetzt mal das so 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 fleisch nach belieben gewürz richtig wir hätten jetzt auch fertig gewürz nehmen können aber wir haben ja gesagt heute machen wir es zu 99,9 prozent selber jetzt fleisch wegschmeißen da liegt noch ein fetzen da liegt auch noch ein fetzen ja ja gut kann es ein bisschen stehen ein bisschen einziehen und dann sehen wir uns gleich am herd wieder genau Freunde ich mache heute ein bisschen Handführung hier in der Küche weil normalerweise wo die Kamera steht steht jetzt die Fritteuse die Kartoffeln habe ich für vier Minuten erst einmal jetzt hier rein mal gucken wie sie danach aussehen dann haben wir heute die große gusseiserne Pfanne Hintergrund es wird nachher alles in der großen Pfanne serviert da steht schon das Wasser bereit mit Salzwasser Salzwasser ist schon am warm werden für die Bohnen die Bohnen genau ja dann gucken wir mal rüber Champignon soweit fertig hier werden noch die Bohnen geschnippelt Fleisch fertig ja mit was fangen wir nachher an mit den Champignons oder mit den Champignons genau zur Info Kartoffeln waren jetzt sechs Minuten bei 170 Grad drin jetzt dürfen sie mal noch ein bisschen entspannen ich habe auch schon vorgekostet und einwandfrei dann gucken wir mal hier ganz kurz die Kartoffeln an die sehen schon recht gut aus schauen wir mal wie lange ich sie nachher noch mal drin lassen keine Ahnung hier kommen jetzt gleich die Champignons rein und die sind auch schon drin und die sind auch schon drin und ob wir die Champignons vorher noch würzen oder so nein 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 Spatz gesagt nein Moment die werden was in der Pfanne bisschen gewürzt mit Pfeffer das habe ich doch gerade gesagt ja ich schmeiße schon mal rein so dann schmeiße ich mal die Champignons da rein und die lassen wir jetzt richtig schön zusammenschnorpeln so drei Stück noch eins zwei drei die wässern ja jetzt auch noch ein bisschen das kann doch bloß geil werden oder so Leute meine Pilzschlein werden soweit ja erst einmal fertig die tun wir jetzt da hinten wieder in die Schüssel rein etwas geschrumpelt so wie wir das wollten und nachher köcheln die ja eh noch ein bisschen in der Rahmsoße mit verlieren sie noch mal ein bisschen an Größe und dann ist das genau richtig aber Leute die sehen noch mal schon richtig richtig geil aus ja und als nächstes mit was geht es weiter Spatzel in der Pfanne mit dem Fleisch mit dem Fleisch ja so dann tue ich die jetzt raus und dann geht es schon mit dem Fleisch weiter in der Gusseisen müssen wir natürlich sehr aufpassen dass es nicht ankokelt also das ist jetzt nicht so wie in der beschichteten Pfanne deswegen bin ich auch hier jetzt die ganze Zeit dabei geblieben so und die nächste Wache übernimmst du habe ich gehört die nächste Wache ja die Fleischwache natürlich gut tja Leute heute ein richtig geiles Gemeinschaftsvideo mal wieder so bitteschön so Fleisch anbrutzeln wenn es so weit angebrutzelt ist holen wir euch natürlich wieder hinzu und kommt dann auch wieder raus aus der Pfanne das ist erstmal so die ist Fleisch halber schön angebrutzelt und jetzt kommen die Zwiebeln dazu dann mach mal ja ja ich glaube das kann bloß lecker werden richtig ja und ich werde jetzt die vierte wieder einschalten und dann die zweite Runde für die Kartoffeln eindeuten so die Buschbohnen kommen jetzt ins Eiswasser ja und hier nebendran sind wir dann eigentlich auch bald schon soweit dass wir die Pölze auch schon wieder hinzufügen können aber erst noch ein bisschen weiter schmuggeln lassen ja und dann wird so nach und nach die Pfanne gefüllt Spatzel macht jetzt dann noch diese schönen Rahmsoße genau schöne leckere feine Rahmsoße und die kommt dann als allerletztes in die Pfanne so bevor es jetzt in der Pfanne zu trocken wird kommt ein bisschen Gemüsebrühe hinzu und meine Tommel sind auch gleich oder Tommel schlage ich die Kartoffeln so einmal näher hinzu zwei einmal sechs Minuten einmal fünf Minuten und noch eine Minute dazu und noch eine Minute dazu also zweimal sechs Minuten und wunderbar wunderbar und da geht zu die erste Runde war auf 170 Grad und die zweite auf 180 Grad ich glaube dieses Mal habe ich die richtigen äh Prommel Kartoffeln erwischt Mensch so sieht das schon mal gar nicht schlecht aus ähm die Brühe wird jetzt natürlich noch ein bisschen einreduziert verdunsten danach kommen jetzt dann gleich die Zwiebelchen nein die Pilze wieder hinzu richtig und die Pilzbohnen ja und die Kartoffeln und die Kartoffeln die sind ja auch gleich soweit genau jetzt fängt die Frau auch schon an zu sagen Pommes das sind keine Pommes das sind Kartoffeln aber sie sehen richtig richtig gut aus genauso wie ich mir das vorgestellt habe geil richtig geil also dieses Mal wirklich die richtigen Kartoffeln der Rösche und äh jetzt darf man die noch ein bisschen hier drin abtropfen und dann geht es hier gleich weiter also du fängst ja schon mit der Rahmsoße an richtig Zwiebelchen Matenmark hier schön anrösten was kommt da noch alles hinzu Sahne ja bisschen ähm Dings Ding? Dings, 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 Pfeffer also Dings ist Pfeffer Dings ist Pfeffer Pfeffer ja Dings ja ok Pulver meinst du genau ja gut dann lass das Manu hier mal werkeln und äh wie gesagt gleich geht es weiter in der Pfanne richtig so meine Lieben dann kommt zusammen was zusammen gehört Kipp's hier einfach rein das die Flüssigkeit da freu ich mit rein ja mach ich doch na gut wie der Meister wollte ja so Achtung dann kommen die Kartoffeln mit rein Hau da hoch Hau da hoch ich mach hier alles einhändig so ja jetzt noch vielleicht die Bohnen willst du die Bohnen gleich rein tun? ja aber erstmal mach ich das mit bisschen Wasser raus ja bisschen Wasser raus und dann kommen die Bohnchen hinzu so dann kommen die Bohnen hinzu die können wir jetzt dann ganz leicht einarbeiten richtig so dass es auch wirklich optisch ein richtig geiler Hingucker für euch wird ja und dann mal ganz vorsichtig die Bohnen einarbeiten ganz am Schluss kommt das Sösel dazu na zu sehr nicht zu sehr vorsichtig einarbeiten ja ganz vorsichtig mit viel Liebe mit viel Liebe das geht aber nicht so geht nicht so wie ich mir das vorgestellt habe rutscht nämlich bisschen jawohl jawohl ja 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 und so lassen wir das Ganze jetzt dann nachher nochmal ja so fünf bis zehn Minuten vor sich hin brodeln und köcheln richtig und dann kommt das Tösschen hinzu und dann sind wir schon fertig und dann gibt es das Probiererle aber vorher dürft ihr natürlich dann auch die fertige Pfanne drüben sehen an der Anrichte so in Ordnung ja wunderbar und tust du mich heute Abend auch so schön massieren was wenn wir sehen mhm leckerchen aber sieht doch richtig toll aus ja war eine geile Idee mit der Ideenseite gell ja so jetzt kommt hier noch ein bisschen Sösschen drüber ja der Rest wird dann somit gereicht du kannst ja auch komplett drüber schütten dann ist auch gut wir sind ja unter uns jawohl 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 tja Leute und dann sehen wir uns gleich drüben an der Anrichte also ich hab meinen Probierteller da und was esst ihr? hm wir kommen zu ha 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 bitte eine Schöpfkelle danke schön ja Leute sieht das nicht richtig herrlich geil aus alles drin was das Herz begehrt und ich nehme mal hier jetzt mal einfach aus den vollen so und dann reiche ich erstmal die Pfanne weiter und ich bin jetzt richtig gespannt wie das schmeckt richtig richtig gespannt ich werde ja mal mit dem Fleisch anfangen hoi oh Leute dann kommen wir jetzt noch zu dem Fazit das Essen haben wir ja jetzt gemeinsam gemacht von meiner unserer neuen Ideenseite oder einer von den Ideenseiten wo wir eigentlich bloß immer ein Bild haben und eine ja so eine halbwegs Zutatenliste davon wird es noch wesentlich mehr geben die Ideen sind einfach zu geil und vielleicht so nach dem zwanzigsten zwanzigsten dreißigsten vierzigsten Mal da was raus machen werden wir euch vielleicht mal dann verraten welche Seiten das sind nö nö ha 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 also Leute das Essen die die Ratsherrenpfanne ja sehr lecker richtig du hast die Söfle so geil wieder hingebracht ähm mit den frittierten Kartoffeln die waren übrigens komplett durch mega äh von der Fritteuse mega mega geil ja äh die Champignons die ganzen Köpfle richtig genial noch richtig schön knackig ja und auf dem Teller habe ich sie natürlich dann halbiert weil ich sonst ja aber geschmacklich war einfach nur mega lecker hat alles so geil zusammengepasst ja richtig richtig geil ja Leute wenn das Video gefallen hat Däumchen nach oben wenn ihr die Möglichkeit habt noch ein Däumchen nach oben nette Kommentare wird uns alles sehr freuen ja auf jeden Fall ja und äh dann gucken wir mal was weiß nix machen bestimmt wieder was geiles ja wenn man die Pfanne aufgegessen hat weil noch ist sie immer noch halb voll also das wäre eigentlich jetzt ausreichend für fünf bis sechs Personen gewesen oder? ja erst mal zwei drei Tage dran richtig egal ist so lecker ja Leute tschau ikowski tschüss